So, äh, ich fang dann mal an, würd ich sagen. Ja, mach mal. Ja, mach durch. Ey, willst du dir Übertragung machen? Äh... Ach, dir das Leck anzumachen. Ich weiß nicht, wir können ausprobieren. Ja, das ist auf jeden Fall zeitversetzt, ne? Ja. Ah, fuck, sorry. Ich hab... Ich will nicht bei dir zuschauen. Nee, das war das letztes Mal schon. Echt? Ah, nee, warte, jetzt hab ich das Falsche weggeklickt, nur noch mal. Guck mal. Weil es gleichzeitig kam. Hier brauchst du das Falsche. Zum Zuschauen einladen. Kannst du mir ja mal sagen, wenn du drin bist? Hier klicken, um beizutreten. Warte auf Beginn der Übertragung. Also bei mir stehst du jetzt... Ja, genau, du stehst jetzt bei mir drin. Ja, Ladevorgang läuft noch. Also ich seh noch, noch seh ich nichts. Ich mach trotzdem mal weiter auch. Ja, so, dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-d ja die CDFN aus die kann man echt nehmen, ne, das hilft das Oh, da war ein Pinke am Anfang und eine AK Elite-Bild, Respekt, Mann, ey, voll geil Oh, warte, sag mal wieder ne Nummer, oder, sag mal wieder, sag mal, zwei Nummern 5 und 18 5 und 18, okay 5 und 18 ist, glaub ich, dann das hier ne, scheiße, was, das ist ja nicht 18, nach egal weil es ist 18, 6, 12, doch, doch, das ist 18 so, so hm, also letztes Mal haben wir ja das hier bekommen und das hier, ja ja, das war richtig krass, ey das war übel krass, das war aber auch so in die Zeit, das war auch 82, glaub ich ja, ja, es war auf jeden Fall viel zu spät na nein, nicht wieder ne Knife, oder? warte, ich glaube, das kommt jetzt, jetzt kommt es bei mir ne Hyper-Bies in was, MN? ne, 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 die ist verranzt äh die ist viel testet viel testet, ja aber trotzdem, die bringt wieder Glück, Alter ey, du bringst übel Glück, Mann, ey ey, das ist krass, Alter, das ist unglaublich, Mann ah, nein oh, schade was denn? ja, Whatsapp ja, ich glaube, ich werde es jetzt irgendwie gleich ne wolltest du auf die Monkey-Bies miss, oder was? ja, links, links links Lilla, rechts Pink, ja, schade ja so ich denke, wir können kurz was gucken nein, da ist die Hyper-Bies schon wieder vorbei gegangen oh, nein so, oh also, wenn das Video jetzt bei YouTube veröffentlicht wird, ist ihr seht jetzt halt ganz kurz was aber das juckt mich jetzt nicht ich muss nur ganz kurz was schauen er ist Overlay ja, so so, oh, Gott, die verranzt äh, ich nehm' kürzer oh, das braucht's, Deko-Video, aber scheiße aus das sieht echt richtig scheiße, was weil ich finde hier eigentlich schon gar nicht mehr so schön, aber ja, ich hab's ja mal eine Zeit lang gespielt, aber nö ja, ich auch aber ich hab mir jetzt die Bremsen-Web geholt ja ach mann zu viel Pinky gehen vorbei oh aber ich bin erstaunt ich bin erstaunt, dass es geht, aufnehmen und zu streamen also dir sozusagen die Vertragung zu geben und es leckt null, also bei mir leckt es null? ja ne, bei mir leckt auch gar nix achso Leute, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt wieder Goldnummer 2 bin, ja, ey, wir hatten nen Scheiß Hack again und dann wurden wir alle auf Unranked gebrachten, dann haben wir halt ein Game, wie gesagt, ob wir auf Goldnummer 2 aber wir versuchen gerade alles wieder das nur wieder auf Goldnummer 2 kommt ja, komm ey, was wir lieb mit dem Brot ja, ist in Ordnung ja, komm, du doch schon mal sagen nach dem, nach dem, nach dem, was jetzt gerade öffnet doch sind das, dass du noch mal sagen ja, ich überlege mir gerade was oh, ne, der Track, dass er die warte, lass mich überlegen, wo war das letztes Mal drin 3 3 3 und 12 da war letztes Mal gleich ins Knife drin mein ich glaub schon naja, AK Elite das ist wird ja, egal egal egal, egal, egal ja am was denn ein pink vorbei dann kriegst du eine scheiß manowar ja das kann ich nicht leben das war auch jetzt nicht ist zumindest Lilla kannst du, kannst du aufnehmen, war noch ein Lilla perfekt, kannst du ja fast schon Pick the Trailer machen so ja, Handy ist ja einfach ruhig aber ich, soweit ich mich ja noch erinnere, war ja das Nice ziemlich am Ende ok ich weiß nicht oder noch später ja ne du meintest 35 hast du noch als du es nachher gezogen hattest ach stimmt das war in der, in der, in der zweiten Runde sag ich so zu oder? war das in der ersten oder in der zweiten Runde? ne das war in der ersten Runde ganz am Ende ah ok danach hast du aufgehört und dann hast du die letzten 35 noch gemacht, war ich dann aber auch nicht mehr mit dabei doch ja oooohh 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 was hast du gekriegt oooohh was ist denn die? fieldtested? ja oooohh ne monkey gibt's ne stedrick alter, das ist nice das ist nice das ist nice habe ich zwar schon aber egal das ist nice das ist echt nice ach komm nochmal so ne die habe ich gerade, die habe ich, was ich vor ein paar Tagen schon verkauft was denn? das ist echt ooooh 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 das ist es ist ah das wird eine Form von komm jetzt mach ich mal manchmal 3 Kisten auf Speed aufs Bieter warum er gar nicht war auch okay es bringt 1 1 ein ja okay Trinkt nix. Trinkt nix. Trinkt nix. Hallo? Aktualisieren. Ups, Groma 3 gibt's leider noch nicht. Oh, zwei Echos. Zwei Echos gehen da vorbei. Ohhhh. So. So. Und 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 und. Nur blau. Montverkornik. Und 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 und. Die letzte. Und die erste Kiste. und danach umgedreht ja ok das bringt schon mal nichts ja komm schon du musst was sagen du bringst mir Glück ich muss was soll ich sagen irgendwas was Glück bringt keine Ahnung und 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 oh ok du bist da komplett am durchdrehen ey ja vielleicht kriegst du den Stat-Track-Trader-Pin aber wenn du ziehst jetzt ein Stat-Track-Knife boah das alter nur mal so Eis wie letztes ungelobener würde ich ausrasten wenn du ein Stat-Track-Feier-Eis ziehst dann ist komplett vorbei ich glaube dann bin ich vom TS gewandt dann ist komplett nee dann darf ich das doppler behalten Prozent 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 da habe ich echt es war so typisch ich nehme nicht auf und es kommt so ausgleichen und ich nehme auf und es kommt einfach gar nichts glaube ich ich höre nach 50 Kisten auf aufzunehmen ich würde da kommt so eine geile Scheiße bei da kommt noch mal eine High-Bubbies den Stat-Track FN ja genau wenn ich denn noch 215 bei der Kissen näher insgesamt was er ist in Ford 4 2 2 0 Boom 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 W еще wo Halt an! Halt an! Halt an! Halt! Nein! Pass uns an, was ist vorbei? Ich werd' sehen, warte. Nein! Nein, nen Millimeter! Ja. Nein! Fuck, Alter! Oh, Gaben. Gaben, okay. Ja. Ich sag, ich sag dir, ich nehm auf, da kommt noch Bullshit. Ich schwör's dir. Ich schwör's dir. Ich schwör's dir. Ich schwör's dir bei Gaben. Bei dem guten Lord, Gaben. So, wie glaub ich noch die Poster? 36... ... Jetzt muss ich rechnen. 36 plus... ... 10... ... 46, 47, 48, 49, 50. Das heißt, sieben Kisten öffnen ich jetzt noch. So, eins. ... ... 15 Jahren. Ja, halt doch an! nur 3 auf geht's und 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 ich bin so nicht richtig verzögert er Ja, so, glaub ich. So in etwa. Mehr oder weniger ungefähr, ja. So, jetzt das Fünfte. Dann jetzt das Sechste. Ja, das war's. Ja, der Track Valente. Die wohl auf allen Conditions eh gleich aussieht. Ja, ist wirklich so, oder? Ja. Ah, ja, liebe Leute, also, das war's mit den 50 Kisten. Ah, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.